Ja, Kinder, ist lang nicht gesehen, deswegen wollte ich immer mal Hallo sagen und mich mal wieder melden, damit ihr hier nicht denkt, der Papa hat wieder Wanderhoden oder so. Apropos wandern, ich bin aktuell einfach viel unterwegs und hab einen riesen Aufmerarbeit um die Ohren. Die Gustra hier, Jahreskonferenz der deutschen Versicherer dort. Und ihr kennt ja dann die Witzchen, die der Chef gerne mal mit seiner Sekretärin macht. Ja, Frau Müller, Sie werden mich jetzt eine Zeit lang nicht sehen. Warum, Chef? Fahren Sie in Urlaub? Nee, ich nehm die von hinten. Lacher. In diesem Sinne, Kinder, bleibt standhaft und bis bald. Euer Bernd.